Ich bin seit März diesen Jahres Doktorand hier am HICG in der Forschungsgruppe Innovation und Entrepreneurship und ich bin am HICG verantwortlich für das Projekt Mittelstand 4.0 im Kompetenzzentrum Berlin-Brandenburg. Wir helfen kleinen und mittelständischen Unternehmen hier aus der Region Berlin-Brandenburg bei der digitalen Transformation. Wir helfen ihnen dabei sowohl in konkreten Projekten, also zum Beispiel bei der Digitalisierung eines Kassensystems, aber auch in etwas abstrakten und langfristigeren Projekten, also zum Beispiel dabei ihr Geschäftsmodell zu digitalisieren, um einfach in Zeiten des digitalen Wandels optimal zukunftsorientiert aufgestellt zu sein. Und wenn man sich mit dem Thema digitale Geschäftsmodelle auseinandersetzen möchte, kann ich drei Bücher empfehlen. Einmal den Business Model Navigator von Oliver Gassmann, dann zwei Bücher zum Thema digitale Plattformen, weil das enorm relevant ist aktuell und das ist einmal Plattform Scale und einmal Plattform Revolution.